wir die ersten zehn minuten schön was gemacht haben und jetzt hängen wir an den leveln fest ja die kommen noch nicht jetzt kommen sie alles klar zu rennen können ich will nach hinten gehen ich will hier durchgehen ich will das nicht spielen also denkst du so kannst du schön perfekt spielen aber nur noch ein leben nein die fresse nur noch ein leben ich brauche in die brusten zu scheißen hier musst du oben dieses rumgeglitsche Ach ja, der Flash. Naja. Nicht mit großes, nicht mit kleines Mario. Oh, der kriegt ja jetzt auf den Cheatcard, ne. Hä? Jetzt bist du in 4-2. Nein, nein, du bist so ein Cheater, ne. Wieso? Geht denn 7-8 rein? Hast du gerade gegoogelt, oder was? Nö. Ja, ja, ja. Du Cheater, Alter. Ich wusste, dass irgendwo ein 4 das war. Ja, ja, Google. Google wusste das. Ich wusste das auch, aber ich wusste das nicht, wo das war. Du bist ein echter Cheater. Das ist kein Cheat. Nein. Wieso ist das denn sonst da drin? Damit das für faule Leute ist. Das soll ich doch auch nutzen. Das ist die echte Verarsche. Jetzt geht er in die nächsten Röhren rein. Kassiert sich den nächsten Bonus. Du Bonus. Du hast doch da auch mit rein. Eigentlich. Ne, ne. Klar. Ich spiele anständig. Was denn? Ich bin erst nur ein 5. Und? Ich will auch mal weiterkommen. Ach so. Wenn du gut und schnell bist, fliegst du einfach runter. Ohohohoho. Irgendwann umarmt dich noch irgendeine Schildkröte. Oh mein Gott. Ja, gut. Okay, gehen over. Ich habe noch 4 Leben. Okay, noch 4 Wachstützen. Das muss gehen. Was? Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich sag doch, das muss gehen. Ach nee, nicht schon wieder, ey. Warum gehst du denn nach rein, immer? Das abgezogen. Sag doch nicht schon wieder. Ich glaube, du kannst das ganze Level zu machen. Schnell. Oh, übertreib mal. Sag ja, ganz gesund bin ich noch nicht wieder. Ja, ganz gesund bist du eh schon nie gewesen. Ja, das bin ich sowieso nicht. Brotis. Guck mal, was da drin ist. Da bin ich ja gerade rein. Ich spring doch voll gegen. So wie ich eben. Da ist nichts drin. Da kommst du noch nicht mal rein. Oh, die Verarsche. Das habe ich doch recht geschafft. Noch nicht. Doch. Jetzt habe ich es geschafft. Nein. Was war das? Nein. Aber ich könnte für dich ein Gewitter vertragen hier. Feuerwerk. Ich brauche die Zeit. Ja, ist denn. 40 Minuten. Ja, ich meine ja nur. Hab ich nicht gesagt. Ich werde das jetzt eh erst mal festlegen. Du hast ja die scheiß Dinge. Ja, 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 ja. Und dann gibt es noch einen Glitch irgendwie, dass du vielleicht zum letzten Schuss kommst. Ich habe zumindest bei diesen Speedrunner gesehen gehabt. Dass da irgendwie auch eine Pflanze drauf ist, dass nicht gezählt hat, dass er gestorben ist, sondern ab rein da. Das ist ein schlechter Scherz hier, ne? Einen Moment, warte. Leck? Hey. Scheiß Telefon. Hä? Shit Telefon. Ich habe eigentlich nichts gehört gehabt. Ja, ich weiß nicht, wie es vibriert hat. So. Häh! Oh, ich wollte gerade schon nach hinten drücken. Ach, du bist wieder zu schnell, ne? Hm, na nee. Boah, das war knapp. Stop. Stop Notch. Da is it. Oh. Oh. Deet. Brr, 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 brr. Kein Feuerwerk für mich. Oh. War traurig. Ich glaube, du musst immer was bestimmtes schaffen, ne? Weiß ich nicht. Das auf jeden Fall nicht. Oh. Oder mit einem bestimmten Punktzeiten, ne? Unsere, oh, nee. Ich hasse die Bowser-Level. Eins. Sondern jetzt auch nochmal. Ich dachte, ich hätte die übersprungen. Lille, 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 lille. Ah. Ne. Ah, noch zwei Leben oder drei. Umarmen sie. Umarmen die. Umarmen vielleicht die. Keine Mutter. Ne. Pup, puh, puh. Pup, puh, puh, puh. Über den Abgrund gesprungen. Ah. Mein Internet. Ich habe nur noch drei Balken. Okay. Im TS. Sag nicht, dass du nicht gesprungen hast. Noch habe ich. Ja, ja. Lalalalalalalala. Du wolltest nicht. Das war mal ja noch runtergeworfen. Oh, oh. Oh, Mann. Ich dachte, man schafft das, ne? Aber nein. Ich hasse dieses Spiel. Trotzdem bist du schon in acht. Ja, und? Was dauert noch, bis du fertig bist. Ja. Was dauert. Lalalalalalalalalalalala. Das ist dieses, äh, äh, immer dieses zack, 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 kein schnell machen. Kommst du auch oben drauf, ne? Das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube nicht viel. Ne. Was war das, weil du in Lava springst dann? Ich habe jetzt nur noch ein Leben. Von dem muss ich wieder den ganzen Kack von vorne machen. Oh, ne. Ich wollte noch nicht mal so weit springen. Ja, genau. Oh, ne, 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 ne. Kann man hier hinten hängen? Alles klar, ich gehe. Ciao. Oh, meine Acht, Spacke tut weh. Ja. Hallo. Das bringt eh nicht. Nichts. Och, Mann. Hä? Nichts. Oh, leider gar nichts von dir. Vergesst jetzt mal die Röhre. Ich habe schon so eine Röhre. Komm, wir cheaten noch weiter und sammeln uns Münzen, bis es nicht mehr geht. Ist nix. Da ist nix für dich. Nein. Du kannst alles absteigen, wenn du möchtest. Du hast nicht mehr viel Zeit, guck mal, wie schnell die Zeit geht. Das ist doch normal, irgendwie. Leck. Ne. Das sind Kunstpausen. Auch bei mir. Ja. Das sind nur Kunstpausen. Hm. Ist auch so eine Kunstpause. Bist eher ein Kunstbanause. Komm, du musst das doch nur bis 8-4 schaffen und dann durchspielen. Sei ein stolzer Luigi und spring da rein. Oh ne Scheiß. Weiß ich nicht. Ich habe mir viel zu weit gerutscht. Oh, jetzt wieder. Oh, nee, ey. Das hole ich mir immer. Ich glaube, ich merke es. Weil ich das möchte. Ich habe gesagt, ja, ich merke es. Ach, du merkst gar nichts mehr. Jetzt morgen. Sonst sterb. Ne. Warte, es vorsichtig. Was sonst weiße, ne? Alles klar. Hä? War das noch nicht weit genug durch? Ne. Ich glaube, jetzt gibt es, glaube ich, kein Safe. Du springst gleich irgendwo drauf. Denk an die Röhre. Du musst ja cheaten. Ich muss ja cheaten. Ich muss ja cheaten. Klar, guck mal. Ich habe jetzt gleich schon 50 Münzen. Oh, ja. Ja, springe auch direkt genau dazwischen. Hey, du wolltest doch die Reihe bilden mit denen. Richtig. Hast du doch gesagt zu mir. Du wolltest mit dir in der Parade sein. Oh, mich auch. Nicht? Nein. Okay. Du? Ich gehe jetzt hier unten lang, weil ich es kann. Achso. Du hast wieder voll leck. Jetzt sind wir bisher noch nicht mal in dem ersten Level weitergekommen. Was ist los? Hä? immer noch sagte du kannst du überlaufen musst du schnell sein ja die cheater röhre mein gott herrn herrn vorm verein da gibt es achte gibt es noch mal neun nachher dass wir ein extra leben und noch mal extra stützen das da unten ist eben da ist was böses ja doch leichte ja was soll ich denn die ganze zeit sagen ok da habe ich jetzt gesagt ich habe schon aufgerüstet wenn ich aber auch wenn sie es hilft du bist ein klo nur weil er sein kleiner pixel kackfuß in meinem gesicht war oder was ja hol dir noch mehr münzen ist klar dein extra leben und für die ist schon gut doch noch mehr zusammen ich glaube sollte ich gleich mal safe und continue aber machen so wird man das einmal speichert nicht dass wir einfach das einfach das mal abstürzt hier einfach laufen 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 muss immer springen in den tod klatsch gegen die röhre klatsch gegen die röhre so wie vorhin ich warte sonst schnappt die dich ich ich sie waren noch nicht unten bitte machen wir mal so sofort alles klar ist okay spiel du 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 mach du hätte ich richtig auch denn in centos und schafft das ja mal wieder nicht ins achte zweiter level war es dann nie weiter recht war schon mal wie es bei bruder doch egal da ist nichts das ist ein böses im busch ja ich hab dir doch auch ja sag ich auch